Angela Merkel, man will sie nicht mehr sehen an dieser Posten, das ist einfach viel zu lang und sie hat zu viele Fehler gemacht. Es war, es gipfelte dieser Abend in der Frage, was ist der Unterschied zwischen Angela Merkel und Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk wusste, wann man gehen muss oder sich zurückziehen muss und gemeint war, sich von allem zurückzuziehen. Und zwar nicht nur vom Parteivorsitz, sondern auch von der Kanzlerschaft. Also Sie, wenn wir schon bei Wetten sind, auch Wetten auf ein reguläres Ende der Kanzlerschaft noch? Na, jedenfalls glaube ich nicht, dass sie sich bis 2021 durchmerkeln wird. Das ist einfach, wäre auch falsch. Es kommt darauf an, auf die Ausrichtung der Partei, wer da jetzt hinkommt. Das ist halt so, sie hat ja auch einen Ansehensverlust in Europa. Ich meine, sie ist jetzt eine sogenannte lahme Ente, so heißt das im politischen Sprachgebrauch, kommt aus dem Englischen, lame duck. Und das sehen natürlich alle. Und sie hat ja mit ihrer Asyl-Einwanderungspolitik, die ja in der Bevölkerung keine Mehrheit hatte, und auch mit der europäischen Schulden-Euro-Politik ja keine Mehrheit, weder im eigenen Land noch in Europa gehabt. Deswegen ist die Frage, was nimmt man ihr jetzt eigentlich noch ab? Eine Person, die eigentlich eher Europa gespalten als geeint hat, Deutschland eher auch gespalten als geeint hat, und sogar die Union, ja, wenn man CSU und CDU anguckt, eher gespalten als geeint hat mit ihrer Politik. Welche Halbwertszeit hat sie noch als Kanzlerin? Schon Gerhard Schröder ist der Rückzug vom Parteivorsitz der SPD nicht gut bekommen. Dann lassen Sie uns doch mal über die Union reden, vor allen Dingen auch über die CDU. Was wird da geredet seit Jahren eigentlich oder seit Monaten oder jetzt seit Tagen? Wie wird da über die Parteichefin, noch Parteichefin gesprochen, sodass sie das vielleicht auch mal irgendwann so spitz gekriegt hat, dass sie gesagt hat, okay, ich sollte vielleicht besser gehen? Naja, es kursierten ja da schon Videos, wo man ihre Politik sehen konnte. Das haben die Unionsabgeordneten ja schon den Journalisten weitergegeben, wo man gesehen hat, wie jahrzehntelang sie eine völlig andere Asylpolitik vertreten hat, mit Risiken von Einwanderung, Einwanderung ins Sozialsystem und, 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 und. Und sie macht über Nacht eine komplett andere Politik. Und das ist einfach ein Kernthema gewesen, was diese Wählerschaft auch der Union berührt. Und dann hat sie die CDU sozialdemokratisiert. Sie hat sie durchgrünt und am Ende hat sie auch noch den konservativen Kern ausgetrieben. Das Ergebnis haben wir jetzt in Hessen gesehen, dass die schwarz-grünen Wähler wählen das Original, die Grünen. Und die bürgerlich-konservativen Wähler wählen entweder die FDP oder zu großen Teilen die AfD. Und das war das Thema bei der Union. Und deswegen hat man auch erkannt, so geht es nicht weiter. Und deswegen braucht man da einen Wechsel. Und jetzt schauen wir mal, es gibt Kandidaten. Und deswegen auch schon mal der Kauder als Akt 1? Akt 1 war der Kauder. Das war sozusagen die fraktionelle Notwehr der Abgeordneten. Und jetzt gibt es Akt 2, die Wahl des Vorsitzenden. Explizit gefragt, wohin geht die CDU demnächst? Und wer wird das? Naja, also sagen wir mal so, der politische Mainstream möchte gerne wieder eine CDU, die im Merkel-Fahrwasser läuft, das wäre Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Name ist schon wie Fischers Fritze. Also man muss ganz genau sprechen. Annegret Kramp-Karrenbauer, Generalsekretärin, eine Merkel-Jahnerin. Das ist die Fortsetzung, im Kern die Fortsetzung der Merkel-Politik mit anderen Mitteln. Den Hut in den Ring geworfen hat auch Jens Spahn, seines Zeichens Gesundheitsminister, CDU-Konservativer. Der hat es bestimmt sehr, sehr schwer, in diesem Milieu an die Spitze zu kommen. Aber es wäre eine mutige Entscheidung, die CDU wieder konservativ auszurichten. Denn links-grüne Parteien haben wir ja schon so viele. Und dann haben wir noch im Angebot den eventuell, der weiß es noch nicht genau, den Herrn Laschet aus NRW, der ist Ministerpräsident. Und das wäre ein Licksruck für die CDU. Dann würde das Projekt 20 bei den nächsten Wahlen ganz sicher kommen. Und dann gibt es noch das Gerücht, oder besser gesagt, das Orakel, Friedrich Merz, der einzige Merkel-Gegner, möchte für den Parteivorsitz kandidieren. Das wäre auch eine gute Entscheidung für die Union, weil ein wirtschaftskompetenter Mensch dahin käme, konservativ ausgerichtet. Aber ob er die Mehrheit dafür bekommt und ob er nicht sogar noch Jens Spahn die Stimmen wegnimmt, das ist alles eine Frage, die sich auf den Parteitag dann zuspitzen wird. Da gibt es ja auch immer sehr, sehr viel Taktik. Das ist das eine. Das andere ist, was käme dann danach? Zum Beispiel sagt FDP-Chef Lindner, ohne eine Merkel wäre Jamaika möglich. Ohne eine Merkel ist beispielsweise aber auch der AfD ein Feindbild dann von der Stange gegangen. Ja, richtig. Also im Augenblick ist ja dieser Parteivorsitz ja ein Blitzableiter für Merkel, weil sie ja weiter im Amt bleiben will, möglichst noch bis 2021. Nur ich glaube, so wird das nicht funktionieren. Je nachdem, wie sich die CDU ausrichtet, richtet sie sich aus auf Merkel-Politik, dann gibt es halt zur Europawahl die nächste Quittung von den Wählern. Und eine Politik Jamaika geht ja nicht mit Merkel als Kanzlerin, dann muss sie sich komplett zurückziehen. Und das kann dann nur der Parteivorsitzende oder die Parteivorsitzende entscheiden, weil sie dann auch den Machtanspruch stellt. Und Lindner wäre vielleicht wieder bereit einzutreten. Und die AfD käme in höchste Schwierigkeiten natürlich, weil wenn die Union sich konservativ ausrichtet, waschieren die Wähler natürlich wieder zurück. Ja, und dann ist halt die Frage, wer wird es und wie kann derjenige, diejenige dann mit der Kanzlerin? Also im Zweifelsfall könnte das richtig krachen und dann eventuell auch dafür sorgen, dass die SPD sich heimlich die Hände reibt und sagt, Dankeschön, dass ihr uns helft, uns wieder selber zu finden, oder? Na ja gut, die SPD hat natürlich ein Aufmerksamkeitsproblem. Solange die CDU jetzt mit ihrem Führungsstreit oder ihrer Führungsentwicklung so in dem Medienblickpunkt ist, redet keiner mehr über die SPD. Und die SPD ist ja im Prinzip ja, ja, was war sie mal, eine Arbeiterpartei. Heute ist eine Interessenpartei von Lehrern, Professoren, Studenten, Sozialarbeitern, der Arbeiter selber. Auch der Kumpel in der Braunkohle, in der Energiewirtschaft, der ist doch nicht mehr von der SPD richtig vertreten. Traurig, mein Opa war Sozi, der war Arbeiter Turnerbund. Ich weiß gar nicht mehr, ob der heute SPD wählen würde. Also das, glaube ich, wird die SPD nicht so gut gotieren. Sie hat zwar kein Personalproblem im Augenblick, kein Personalstreit, aber solange die Aufmerksamkeit der Scheinwerfer auf der CDU ist, wird sie davon nicht profitieren. Ja, das müssen wir uns anschauen. Gemeinsam für heute, sage ich, für diesen Draufblick und das Nachfragen bei Ihnen. Olaf Opitz vom Fokus. Danke nach Berlin. Servus, tschüss. Servus, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020